Hier sprechen wieder Miu und Ostra zu einer weiteren Folge Minecraft und diesmal haben wir auch wieder, was ist wieder, wir haben auch mal Aron dabei, hallo Aron. Hallo Aron, wir dürfen uns angucken. Da wir ja mal bei ihm bei Hexen ein bisschen mitmischen durften, darf er jetzt unser Bausklave sein. Unser kleiner Wichel, den wir zum Bauen zwingen. So, unser Bauprojekt, stell dich einmal vor. Den Bauplatz zumindest, Jommer. Alle hinter Ostra her. Juuu, im Gallup. Warum wächst er, sprich nicht. Warte, 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 warte. Ich kann rennen und springen und tanzen. Was hast du? Nicht du. Ich kann auch rennen, springen, tanzen. So, also. Hier drüber, hier, ne? Also, äh, Wasser, ja? Das ist Wasser. Das ist meistens nass. Und wenn man stinkt, dann kann man sich damit waschen und dann stinkt man weniger manchmal. Aaron ist schon mal gegangen. Und auf der anderen Seite, da ist der Eingang zu einer Mine und das ist auch wirklich eine Mine. Unsere Mine. Und da wollen wir gerne eine Brücke rüber bauen. Und das kannst du dann wirklich mit dem Dorf verbinden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Alle Materialien sind irgendwie verstreut in unserem Lager. Und da gucken wir jetzt mal. Jo. Also meine Idee ist also, den Weg zur Brücke machen wir, weiß ich nicht, ob wir den noch so richtig befestigen wollen hier, wie im Dorf. Oder ob wir das einfach nur sporadisch mit Kies machen. Ich habe eine kleine Frage, was ist denn das überhaupt hier? Das ist unser Plumpsklo. Ah, okay. Das ist unser Plumpsklo. Moment, Moment. Das ist eine kleine Wassergrotte. So. Warum sieht es immer so aus, als kackst du da rein, Aaron? Das gehört sich nicht. So, was sollen wir denn für Materialien mitnehmen? Ja, wir gucken jetzt mal. Also ich habe Clearstone hier irgendwo schon mal gebunkert. Ne, das war ich, was du da gerade rausgeholt hast. Das ist mir egal, das ist mir egal. Ich bring mal so ein bisschen was mit. Wir können ja da schon mal so ein bisschen da den Platz vorbereiten, sprich, gucken wo die Brücke hinkommen soll. Komm, Aaron, wir suchen uns den Platz aus. Ich hole schon mal Materialien. Das können wir sehr gerne machen. Aber es wird gerade dunkel. Ist mir egal. Wir kennen keinen Tag und wir kennen keine Nacht. Wir kennen nur Schuften und Arbeiten. Keine Pausen. Wir werden alle sterben. Ich sehe das doch. Da Aaron, wo sieht es am besten aus? Keine Ahnung. Super. Das klappt schon mal mit euch beiden. Oh, dann machen wir es einfach hier. Hier ist schon so ein bisschen Kies. Ich würde sagen, den Kies und den Sand dort nehmen wir weg und dann wird man hier genau die Brücke bauen. Welchen Sand nehmen wir weg? Dem das Rückenstein. Damit das ein bisschen gleich aussieht. Juhu. Ging fix. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja gut, dann mache ich hier. Braucht ihr irgendeine Holzart? Was auch eine Schaufel? Los. Holz. Was wollt ihr denn nehmen? Eine kleine Schaufel, Aaron. Gute Frage. Wir haben viel Fichte. Ich habe aber auch Nessaziegel und Pflastersteine. Zur Not können wir uns noch was anderes machen. Mhm. Ich wollte auch nochmal die Zäune mitnehmen, so. Wie wollt ihr denn die Brücke haben? Fangen wir mal so an. Mhm. Bier kann nämlich auch nochmal mit. Ähm. Naja. Die soll... Also wie das so eine traditionelle Brücke... Ja, nein. Okay. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich komme gleich mal mit. Ich wollte jetzt wieder irgendwas doofes sagen, aber ich lass das mal heute. Ich will einen Rundbogen. Eine Rundbogenbrücke. Bitte was? Wir bauen die Golden Gate Brücke nahe. Warum auch nicht. Okay. Da holen wir nur Ziegelsteine. Auf dem Fünf-Meter-Stück. Hahaha. Wir wissen da die Drahtzeilen. Er macht mir einen coolen Vlog. Redstone-Leitungen. In der Luft legen. Ey, die Kuh steht im Licht. Sie wird unser Arm droht. Die heilige Kuh. Oooooh. Ein Zombie rutscht gerade im Plumpsklo herum. Das ist schön. Das ist nicht unser Plumpsklo. Das ist die Wassergrotte. Gar nicht. Also hier wollt ihr... Ja? Oder nein? Ja, hier. Warum habt ihr denn den Lehm nicht abgetragen? Der Aaron, der hatte... Weiß ich nicht. ...Pulter dran. Warum nicht? Ja. Ich weiß. Tut mir leid. Ich schäme mich dafür. Ich habe leider keine Truhe mitgenommen. Naja. So ist das halt. Aber ich habe schon mal eine Werkbahn. Guck mal. Flup. Hör auf, ich bin irgendwie Sachen zu beschmeißen. Ah ne, die muss noch heißen, die Melone. Die kann ich nicht wegwerfen. Uh. Ich ertrinke. Aaron, rette mich. Sehr gut. Pfff. Okay. Also. Ja, jetzt habt ihr das schon mal schon freigemacht. Und jetzt von hier sagst du da rüber. Ja. Ich würde sagen, das füllen wir erstmal ein bisschen mit Dirt wieder auf. Oder wie? Dirt, Dirt. Nein. Kein Dirt. Im Wasser gehört kein Dirt. Dirty Dirt. Warum nicht? Dirty Dancing. Nein. Wenn dann Sand. Warum denn Sand? Hä? Das ist doch. Achso. Unter die Brücke oder was? Äh. Ich dachte ihr wollt ich jetzt einfach so da Dirt Dirt hin kleben. Darf ich meine Idee erläutern oder? Ja bitte. Ja bitte Aaron. Ja. Also ich wäre dafür dass wir dieses kleine Stückchen hier noch abtragen. Dafür hier noch ein kleines Stückchen auffüllen. Bis hierhin ungefähr. Ja ja ja. Und dann haben wir hier so eine schöne gerade Strecke und da kann man dann quer hier rüber bauen. So würde ich das eigentlich machen. Ich stimme für diese Idee. Na ja ja ja. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Äh. 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 So meins ja. Ist in Erde hab ich sogar noch. Jo. So. Dirt 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 Dirt. Dirt 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 Dirt. Wäre noch hier anfangen können aber gut das ist jetzt. Haarschballdreihe. Also ich hab mit Netherziegelzäune. Netherziegelsteine. Pflastersteine. Äh. Clearstone habe ich noch dabei. Das ist aber hier nicht so schön bei uns. Und Anne Fackel habt ihr schon gestellt. Sehr gut. Ich hab auch Glowstones dabei zur Not. Also eigentlich hab ich alles dabei. Ich hab hier schon mal Nether für euch bischön. Ich wollte mal sagen das finde ich cool das Material. Und wir können Holzbretter, könnte ich euch machen, für den, ich sag mal, für den Boden der Brücke. Das, ja. War eine gute Idee. Wir haben euch. So. Ne? Hm. Ich weiß noch nicht, wie wir... Also die Brücke fängt dann hier flach an oder soll die wirklich übers Wasser bäumen? Wollen wir mal gucken. Die soll sich so aufbäumen, so hui. Ja, ich kann im Wasser nicht springen. Also so halbrund, oder wie? Moment, ja, ja, genau, genau, genau. Wollt ihr das mitzahlen, oder ohne? Gute Frage. 1, 2, 3, 4. Ich hätte gedacht, so in der Breite. Ja, dachte ich auch. Dann jetzt noch ein höher. Ne, 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 ne. Und das muss jetzt dann ein bisschen höher werden dann immer. Oder nicht? Ja, okay. Ich weiß, wie das willst. Äh. Ja, dann so und dann auf die Höhe, oder was? Oder hast du schon auf einmal einen Iron Axe? Schon zu hoch. Weil ich muss ein Axe verloren, so ein Axe. Weil, Alter, ich hab meine Axt nicht verloren, danke. Sein Axe. Genau, und dann hier so einen Halbbogen drüber. Warum willst du denn so einen Halbbogen über diese kleine, über den kleinen Trickssee hier machen? Weil der schön aussieht. Das sieht aus wie im japanischen Garten, wenn da jemand über so einen Teich so eine kleine Halbbrückkommert. Okay, jajajaja. Mach das so einen Kompromiss, mach das so halbflach und mach trotzdem einen kleinen Bogen rein. Jetzt kommt halbflach, halbrund. Halbflach? Was ist denn jetzt halbflach? Nein, entweder ist es halbrund oder ist es flach. Deswegen mag ich das mit euch. Deswegen mag ich das mit euch. Ja, guck, ich meinte das so hier. Moment. Mio, kannst du jetzt einen Stein bitte entfernen? So meinte ich das hier. Welchen? Das ist bei mir einfach. Ich bin eigentlich für die Zombie-Wache da. Ja, du wurdest auch grad vom Zombie fast gefressen, aber pfff, weißt du? War nicht wahr, der hat mich nicht mal berührt. Weißt du, warum der dich nicht berührt hat? Weil Osterich gerettet hat. Achso. Na, nein. Ach, schön. So, ja, das könnte man machen. Ja, aber die ist noch zu flach hier. Das ist ja noch, das ist ja irgendwie gerade. Ja, wie schnell soll der denn diesen Bogen machen? Relativ schnell. Ab da, wo du bist jetzt. Hier so. Ab da jetzt einen großen Bogen. Wisst ihr, warum die Bauprojekte immer so lange bauen? Das ist... Ich hätte die Brücke schon fertig. Bär! Ja, dann mach doch. Ich halte Wache. Los. Nein, nach der ist ein Rosen... Ich habe das Pferd für einen Eisengolem gehalten. Jawoll! Ich hab das nur irgendwie von hinten gesehen, das sah irgendwie böse aus. Warte mal, stopp, das ist so Quatsch. Das sieht hässlich aus. Danke Miu! Darin bist du ja gut! Was, nix machen, aber Hauptsache rumkacken. Komm Miu, high five! Ich hab das Dorf aufgebaut. Sehr gut. Ja, da durfte ich ja nicht mal mitreden. Hä, ich hab dich immer gefragt. Nee. Du bist der einzige, der was zu essen braucht. Wir haben uns antrainiert, dass wir nix zu essen brauchen. Genau. Bis gut, eiserer Magen. Eben. Mm, mimm, 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 mimm. Mimm, 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 mimm. Mimm, 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 mimm. Mimm, ich find das gut. So, ab hier ist aber keine Rundung mehr, ne? Nö. Ne, dann muss es weiter gerade gehen. Wollen wir erstmal von der anderen Seite anfangen, oder? Meinst du? Ja, sonst kommt man ein bisschen durcheinander hier mit dem Buben. Ok, auf die andere Seite. Ja, 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 ja. Hat jemand durchs Mäh? Das ist keine schlechte Idee. Nein, doch, ich hab noch drei Drecks-Drecks-Dreck-Blocke. Du, 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 du. Wenn dir das reicht. Huch! 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 Meine Fackel. Vor allem, ich glaub, das ist das... Ich finde, Minecraft ist das einzige Spiel, wo du Dreck irgendwie einsammelst und irgendwelche Kisten schmeißt. Das ist echt... Guck mal, ich hab wieder eingestellt in meinem Shader, dass die Blätter wackeln. Sehr gut. Ich hab überhaupt keinen Shader drin. Weil sonst... Sonst könnte ich nachts überhaupt nicht arbeiten. Nein. Doch, dann wäre Ende. Das ist nicht mein Computer, Leute. Die Blätter shaken von alleine. Ich wackel nicht mit dem Kopf hin und her. Das würden andere Leute auch nicht sehen. Das kannst du aber auch nicht... Das kannst du schlecht aufnehmen. Das ist zu viel Erde. Ich nehm erstmal den ganzen Clay hier mit, oder was das sagen soll. Oder wie das heißt auf Englisch. Äh, Ton? Ton? Ja, genau. Also Lehm. Oh, ich würd hier nicht runterfallen. Ton, Lehm, was auch immer. Watch ever. Watch ever. Was? Whatever. Whatever. So. Das und... Das. Jetzt fängt wieder diese Scheiße an. Jetzt wird's kompliziert hier. Ach. Ist doch nicht kompliziert. Das finde ich ja nicht. Du machst ja schon seit 600 Folgen. Wer Aron noch nicht kennt, wer Aron noch nicht kennt, sollte sich schämen und mein Channel jetzt verlassen. Auf, jetzt. Am besten. Nein, was? Nein, bleib da. Bleib da. Bleib da. Verlass den Channel nicht. Bleib da. Ähm. Ja. Und jetzt. 2,5 hoch. So, ne? Ja. Du stehst im Weg. Halb hoch. Tut mir leid. Ich fühlte mich da oben ganz wohl. Äh, ja. Und bei dem letzten dann noch eins hoch. Äh. Bei dem jetzt, bei dem jetzt eins hoch, ja. Verdammt, hier hat man den Werkmann auf der anderen Seite der Brücke stehen lassen. Soll ich die Hohen gehen? Och man. Nee, ich bin schon. Ich brauche ja nur ein bisschen Material. Ich hab gar nichts zu tun. Du gibst Anweisungen. Also, wir sonst auch. Aha. Das stimmt gar nicht. Bestimmt gar nicht. Nein. Sieht das dann so okay aus, oder wollt ihr noch einen kleinen Bogen in der Mitte? Noch. Jetzt wird's aber jetzt so runter. Ach so, da soll nicht noch ein Bogen hin. Die Brücke ist viel zu kurz für noch einen Bogen. Wollt ihr einmal Stützen reinmachen in der Mitte, oder? Weil du kannst doch hier noch einen kleinen Bogen. Ja, warte. Es wird kein kleiner Bogen mehr gemacht. Punkt. Hier. Nein! W-wofür? Die Brücke ist doch viel zu klein, um da noch einen Bogen einzubauen. Wie sieht das denn aus? Aaron, unterstütz mich. Könnt ihr dich mit einer neuen Idee unterstützen? Aber darf ich die mal ausprobieren? Ah, ja, ja, ja. Mach mal, Aaron, mach mal. Daneben, ne. Doch, 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 doch. Immer für meine Idee. Okay. Nein, Tom. Na ja. Was? Nein, Tom, was? Zur Not hab ich noch TNT irgendwo rumfliegen sollen. Nein. Hahaha. Eins, zwei. Warte, wie viele sind das jetzt, ja? Eins, zwei, drei, vier... Nee, er macht Dirt! Ja, ich will erstmal... Zehn, wie viele das sind? Eins, zwei, drei, vier... Das ist wie mit dem Finger zählen hier mit dem Trick. Eins, acht, neun, zehn. So. So. Blub, 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 blub. Ja, und ta-ta! Blub, 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 blub. So, also jetzt ist das schonmal... Ist doch schön! Wir haben leider keine totale Mitte, da könnte man auch keine Säule machen leider. Ne leider nicht. Die Säulen kommen auch entweder hier hin. Na gut, kannst ja in der Mitte durch, naja wir müssen hier fast drei sein dann. In der Mitte eine Säule ist irgendwie komisch. Also wenn wir jetzt hier zwei für eine Säule hin machen würden? Und hier? Wie würde denn das aussehen? Das würde ganz gut aussehen denke ich. Oder wäre das too much? Nein nein, das wird noch gehen. Wie gesagt, Stützzäulen sind ja noch in Ordnung, aber ich finde, wie gesagt, noch einen Bogen rein. Was willst du noch? Machen wir so einer kleinen Brücke. Ich gehe schon. Machst du so eine Färbrücke, die kannst du noch aufklappen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was? Bau mal Laternen. Wie baue ich die denn? Ja du hast Zäune und Glowstones. Okay. Ach wir machen Säulen aus Dreck. Ja super. Was willst du denn haben dafür? Ich weiß nicht, was willst du denn für Material? Also ich würde diese Cobblestone Walls benutzen. Cobblestone Walls, okay. Ich weiß nicht ob ihr das wollt. Ja weil das so dünn wird, ne? Mhm. Aber wenn wir solche Dicken nehmen, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Ja. Kuhmisch. Kuhmisch sieht das dann aus? Kuhmisch, Kuhmisch. Kuhmisch, genau Kuhmisch. Bio muss sich höher stellen. Hier hast du ein bisschen Stein. Hä? Ich habe eine Laterne gebaut. Ja, sieht ganz cool aus. Mhhh. Wie ein Lollipop. Ah ja, die sieht gut aus die Laterne. Ach, jetzt auf einmal. Ne ne, ich überlege gerade nicht. In seinem Ressourcen Pack sieht das bestimmt scheiße aus. Beleidige meinen Ressourcen Pack, ne? Also bitte. Ja was denn, unser sieht so mega geil aus. Mega. Ja, das schaue ich mir dann mal an, wie das aussieht, Mio. Ja, das würde ich dir auch mal raten. Wie gesagt, Aaron nimmt selber nicht auf, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Der ist also eigentlich nur zu gucken dabei, um meine persönliche Bausklave zu werden, aber irgendwie... Jo, hol die Peitsche und das Halsband raus, jetzt geht's los. Wie du hast eine dreckige Laterne auf der Seite? Warum nicht zwei? Warte, nein, ich bin doch erst dabei, um zu gucken. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Wär das gematscht, wenn wir das machen, oder? Was ist das? Ja, so als... Ach so, ja, 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 als Säulen, äh. Da könntest du so einen Stein rum drauf machen, du könntest dann hier lang ziehen. Laternen, oder Laternen drauf machen oder so. Was ist das? Jeder fragt nicht, was das ist. Meine Baukränze werden eine Frage gestellt, äh. Na gut, dann nehm den. Nein, mach du mal, das ist gut. Trotzdem sag ich mal, äh, in der nächsten Folge werden wir darüber weiter diskutieren. Also, Mio, sag mal den Leuten, wie man uns sonst noch so finden kann. Geil. Ach so. Nicht wie man uns finden kann, sondern... Wo? Jetzt hab ich die Laterne daneben gebaut. Auf jeden Fall. Bis zum... Also, man kann uns. Was denn? Jetzt wollte ich's gerade sagen. Ja, dann sag ich noch. So. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch. Oder schreibt uns ein paar Kommentare bei Twitter oder unter das Video. Richtig. Ja. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschööööö! So.